Gerade einmal zehn Jahre ist Rudolf alt und schon so ein Virtuose auf dem Klavier. Vor kurzem hat er einen ersten Preis bei einem internationalen Konzert in Tschechien gewonnen. Diese Umgebung dürfte für ihn dennoch etwas Besonderes sein. Mit Mozarts Sonata Rassile wurde Klassik im Kraftwerk eröffnet. Junge, hochbegabte Künstler der Young Academy Rostock spielten für Partner und Kunden der Stadtwerke Rostock AG in ungewöhnlichem Ambiente. Das Besondere an dieser Konzertreihe ist, dass wir eine Veranstaltung haben hier in so einer Betriebshalle wie hier der HWE. Hier sind ja eigentlich die Anlagen im Winter in Betrieb, um Warmwasser und Heizung zu machen. Da sind hier ganz andere Klänge drin und insofern ist natürlich dieses Ambiente sowohl für die Zuhörer als auch für die Künstler eine ganz besondere Sache. Seit 2008 unterstützen die Stadtwerke Rostock die Young Academy. Auf vier verschiedenen Konzerten zeigen die Talente im Rahmen dieser Kooperation ihre Fähigkeiten an den Instrumenten. Für Musiker und Besucher gleichermaßen ein spannendes Konzerterlebnis. Die Ausbildung an der Young Academy Rostock, kurz Jaro, steht unter einer klar definierten Philosophie. Hochtalentierte junge Musiker frühstmöglich hochqualitativ zu fördern, sodass sie schon im Kindesalter die entsprechenden Weichen gestellt bekommen, damit nachher auch diese Perspektive, die sich da abzeichnet, realistisch wird. Gute Perspektiven für große Talente. Die nächsten Highlights der erfolgreichen Kooperation von Jaro und Stadtwerken Rostock, ein Konzert für Senioren im Herbst und ein weiteres im Rahmen der Rostocker Lichtwoche. Musik Musik